Jo, 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 moooooooinnn, jo! Herzlich Willkommen zu TREPFIGHT! Mit dabei ist Hanno Blatt. Ich komm hier nicht raus. Ach, weil ich hier auf der Leertasse mit dem Mikro dauerhaft drauf war. Was ist das für ein Drecksgame? Heute hab ich mir ein ganz besonderes Spielchen für euch rausgesucht. Einen ganz besonderen Gast. Mit dabei ist Hanno Blatt. Moin, servus. Moin. Ja, heute gibt's FIGHT CREPF. Ihr seht schon. Und die Language kann man umstellen auf Japanes, auf Simplified Chinese, auf Traditional Chinese und auf Englisch. Das Spiel ist recht simpel von der Konzep... äh, von der Konzi... äh, vom Konzept her. Wir hauen uns als Krabber gegenseitig auf den Schnauz. Heftig. Oh, man kann sogar die... Alter, Digger. Ich kann auf ne... Alter, es gibt nen Hummer. Ah, ich seh nicht, was du dir aussuchst. Oh mein Goodness, es ist... Junge. Oh! Ich glaub, die hast du auch grade gesehen. Oh! Widerlich. Ja, welche Krabbe ist jetzt hier heftig, ist die Frage, ne? Viele verschiedene Krabben gibt's denn hier? Pistole? Ich glaub, ich nehm mal die Christmas Red Crab, weil da hier ist ja bald Weihnachten. Oh, es gibt doch zweihändige Sachen. Ich weiß doch, was ich direkt in der ersten... Junge. Jo, das nehm ich. Dave. So, okay. Ich bin auch, äh, bereit. Welchen Map, Kalle? Wir fangen simpel an. Jut. Oh, lol! Du hast auch die, diese Robbe genommen. Du auch? Na klar. Also, ich hab auch keine Ahnung, wie die Steuer umgeht und nix, ne? Ich hab meine Robbe verloren. Ich hab meinen Morgenstern weggeschmissen. Äh, ja. Okay, ich hab... Du hast ne Pistole? Der Panzer hat sich umgefahren. Ah, ich bin runtergefahren! Aua! Oh, jetzt hab ich dich in der Klaue, Junge. Ich hab nen Taser! Ich taser dich! Ne, warte mal, ich hab dir deinen Morgenstern geklaut, oder was? Junge, die Panzer... Nimm die Robbe mit! So! Alter, der hab mich ja mal richtig mitgezimmern. Oh, Weier! Ja! Ich hab irgendwann mal mein... Hey, 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 hey. Oh, ne, ne, ne! Er guckt dich halt nicht an! Aber jetzt geb ich dir den richtigen Preis. Mann, der Panzer, der fährt doch einfach mich... Oh, okay, der explodiert. Ich hab ihn mitgenommen. Ich hau dich jetzt mit dem Panzer. Ich möchte an dieser Stelle ganz wichtiger Weise mitteilen, dass dieses Spiel 17 Euro kostet. So, ich... NEIN! Okay, ich bin ein Super Saiyan. Ja, ich setz nach. Oh, Gott. Was ist denn jetzt los? Na, jetzt kannst du ein Hypermode anmachen, oder? Aber wann hat man denn... Oh, mein Gott! Alter! So! Ich auch nicht! Yo! Alles klar? Aber die prügel ich jetzt die Scheiße auf. Ne, ich glaub das ist einfach meine Christmas Attack. Meine Christmas Crap Attack ist das. Jetzt reicht. Ich bin mal hier runter. Ich weiß noch nicht, wo es denn deine Lebensanzeige vermacht. Ein Prozent, glaub ich. Das ist eine Scheiße hier. Aber ich reihe halt gar nichts. Ich auch nicht. Ich drücke auch einfach nur Knöpfe. Ich drücke einfach nur Knöpfe. Was ist das jetzt? Ich bin auf den Rücken gefallen. Ach so! Du bist gepinnt. Wenn du auf den Rücken liegst mit länger als drei Sekunden, dann hast du verloren. Okay. Alter Digga. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Oh, jetzt hab ich... Oh, ich kann damit schießen! Jaja, die Arme, die sind so in ner wilden... Also hier macht nichts Sinn. Ne, 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 ne. Jetzt aber. Ne, 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 ne. Mann, jetzt stirb doch. Halt mit du... So, jetzt aber. Nein, nein, nein. Einfach Modus. Einfach, einfach. Zack. Jetzt bist du tot. Also Kalle, ich reih gar nichts. Haha! Ich hab mir das irgendwie ein bisschen geiler vorgestellt, bin ich ehrlich. Ja, also verstehe ich. Ich hab nur einen Gegenstand. Also ich... Erstmal kommt die Seerobbe weg. Okay. Ich nehm jetzt so ein kleines Messer. Ja, im Trailer sah das so cool aus. Mit Schwerthahn. Ja, die Steuerung ist ja... Interesting. The network connection was lost. Yes. Ach so, wenn ich A drücke, kann ich direkt switchen durch alle... Durch alle Sachen. Dann kann ich alles sehen. Verstehe. So, jetzt. Gut. Wie ist die Steuer? So, ich drück gar nichts und er rastet völlig aus. So, wenn du jetzt mit dem linken Stick dich bewegst, dann kannst du dein Schwert schwingen. Ich hab einen riesen Kreis auf dem Monitor und einen Strich. Was will mir das Game sagen? Und wenn ich meine Sticks drücke, passiert gar nichts. Also, Kalle, ich kann nichts machen. Ja, ja, ich auch nicht. Wirklich. Ich kann einfach nichts machen. Jörg, ist das eine Scheiße. Ich schneide dich jetzt mal. Aua! Boah! Weißt du, die Idee war halt... Ja, aber ist ja auch irgendwo geil, wenn du... Hör mal. Hab ich ausgesucht. Nee, du haust mir doch gerade eine rein. Ah, jetzt. Werde ich hier mal erst mal Power-Ups ziehen, Junge. Alter, du haust mir aber richtig eine rein. Alter, Alter, Digga. Jetzt fliegst du aber. Raus durch dir aus dem... Alter, Digga. Ja, du, ich zieh mal! Schau! Nein! Ey! Digga, wohin! Wohin bin ich hier? Ey! Zurück! Bei mir bist du einfach nur einen Kilometer nach oben geflogen Ein Haufen Scheiße Ich nehme jetzt eine kleine Waffe Ganz entspannt, wieder runtergefallen Und dann außerhalb des Rings Das ist ein dummes Drecksgame Die Steuerung hätte man nicht komplexer Oder, ja Die hätte man nicht komplizierter machen können Alter, jetzt komme ich mit dem Katana und Nunchaku Okay, guck mal Ich kontrolliere es jetzt richtig Du musst die Sticks so antippen Dann wieder loslassen Weißt du So, jetzt hast du was bekommen Hier, zack Au, 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 au Junge, das ist ja unspektakulärer Als der Geburtstag meiner Oma Alter, jetzt reicht es mir Nee, du bleib mal hier Nee, da ist Ende im Gelände Oh, nee, jetzt hatte er Bei dem Brudeln Bisschen Prozente reingedrückt Oh, nee, Memo Jetzt gibt es richtig die Prozente In den Arsch, reingeblasen Nee, jetzt komme ich noch mal hier Ja, boom Oh, nee Mir hat gar nichts passiert, Alter Oh, ich habe hier richtig eine Jetzt knistert rüppst Oh, bei mir brennt Oh, ich habe Feuer Aua Ich habe Feuer Junge, oh, ja Ich bin außer Gefecht gesetzt oder so Alter, mein Arm, äh, mein einer Arm ist im Arsch Ich habe schon 200% auf Oh mein Gott, wie ich dich ficke Ja Kann mich nicht wieder retten Sag, ich bin der Klingenmeister Nee Also das war geil Ja, geht so Oh, jetzt habe ich ein Laserschwert Ich nehme mal eine ganz kleine Ja, ich auch Wollen wir mal so tun, als wären wir so richtig krasse Rivalen Und endlich treffen wir uns So nach dem Motto Ja, ja, für jeden So ein Anime Alex, du musst dir so ein Anime-Gegenüberstellungs-Ding machen Alex Ja, ja Ja, ich rede immer mit dem in meinen Aufnahmen Ich habe ja sonst niemanden Alex, du musst dir so ein Jetzt geht's los Jo, ich habe hier 40% Jetzt bin ich sauer Also Ja, genau Endlich begegne ich dir Fuck, Hennot Ich bin Kalle Koschinski, halt's Maul Ich habe zwei Lichtschwerder, Dinger Also Koschinski Ich warte schon drei Tage unter Wasser Ich bin Crabby my Crabs in der Fette Ich werde dich mit meiner Lanze aufstechen Seit zehn Jahren terrorisiert deine Familie meine Dabei sind meine nur ein Reißbauern, Dinger Du terrorisierst hier die ganze Unterwasserwelt, Junge Ganz mit Ich bin voll von dir was Salz, du Psycho-Sinz Junge, jetzt können wir ja die Thunfische hier aus meinem Gesicht gehen oder was Ich finde es unermal scheiße von dir wie Junge, jetzt geh doch mal aus meinem Gesicht Ich muss mal eben Moment mal eben So, ich habe hier einen Lichtschwer Mir war lange genug dein Untertan Und ich werde dich vernichten Verstehst du das? Wuuuuh Oh, sticht Oh, zack, 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 zack Darf Maul gelernt, Alter Ich habe ein Schwer verloren Moment, Timeout Ich brauche wieder Strom Das ist mein Schein-to-Time Ja Jetzt komm doch mal auf einen Zentimeter her, hier Zack Oh, nein, aua Bei der Macht von Greyskye, Junge So, jetzt habe ich dich gebt So, oh, da war ich drin Der guckt wieder weg Wie gucke ich dich an? Ah, mein Rücken Ich mache aus dir Hummer So Habe ich dich ja wünscht, oder? Nee Und jetzt gehe ich in den Hyperboot Sag, da wird's auf, ihr Schlitz Wo ist meine Scheiße? Ich muss einfach mit der Klacken machen Hättest du gerne springen können in dem Spiel, ist doch schade So Jetzt schwimme ich dich Hör auf Aber du bist doch schon richtig Kind Alter, du bist auf 100% Willst du deine Waffe, Heddo? Dann musst du erst an mir vorbei Kling, kling, bing, bing, aller Die Lanze ist so scheiße Oh, oh Jetzt kommst du Jolly Juh, ich hab dir 40% Jetzt bin ich sauer Ich hab dir 40% abgezogen, du Opferknecht Ja Nein Ah, deine Lanze verloren Aua Ja 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 Stich ihn ab, stich ihn ab, stich ihn ab Hyperboot Hehehe Oh, der ist aber even Ja Ich bin geboostet Oh Boah, Digga Oh, Scheiße Ja So Drauf, drauf, drauf Ja Siebzehn Euro Ready Ja Schön auf den Alter, die Dinger genug Okay Okay Das kann ich auch So Bitte Man kann damit richtig Strecke machen So Abfahrt Junge, wie du einfach abzischt Ja Also Auf was schießt denn du, du Affe Ja, wie soll, wenn du so zielst So Und jetzt bist du aufgeschlitzt Das kann sich ja nur noch um Stunden machen Hehehe Hehehe Das ist eine richtig entspannte Runde Komm doch mal auf Angriff hier Oah Ja So Jetzt bin ich Oh Mann Das ist aber Double Hypermode hier Ah Hehehe 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 Aaaaaaah Oah Oah Schön das Metall ins Gehäuse Ja Boah Der hat gesetzt Aaaaaaah Der kann sich nicht überfahren Schau jetzt aufs Maul Hypermode Aua Aua Aaaaa Oh ja 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 Nee Explosion Wie du da hoch fährst Scheiße, Digga Aua Ja 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 Jetzt halte ich nicht unter Ja Gewonnen Gewonnen Oh ne Scheiße Das war Krebs heute Ja Das war Also Falls ihr coole Fighting Games habt Oder irgendwas Wo wir uns nicht einfach mal richtig Ohne Skubel auf die Fresse hauen können Dann schreibt es mal gerne in die Comments Ihr seht ja Ist ja herausragend geworden Und jetzt noch ein bisschen Music Ja Schau mal Hanno vorbei Da haben wir ein schickes Landwirtschaftssimulador Video gemacht Aber ich weiß gar nicht, ob es schon draußen ist Wenn das Video hier kommt Naja Diesen Sonntag Ja dann Machen wir das so Dass das schon draußen ist So Tschüss Tschüss Hört aus die Scheiße Tschüss 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 Tschüss